Guten Abend, nach draußen in die Welt, an alle diejenigen, die so liebend gerne regelmäßig Jesus Christus und seine Anhänger verhuhnepiepeln, durch den Kakao ziehen, sich lustig machen, Scherze reißen. Ich persönlich als wiedergeborener Christ habe da keine Probleme mit, weil ich weiß, mein Gott braucht mich gar nicht, um sich selbst zu verteidigen. Der kann das schon sehr, sehr gut alleine, seit jeher übrigens. Und ich hätte da mal eine Challenge für euch. Ihr würdet so richtige verkromte Eier beweisen oder Eierstöcke, je nachdem, wenn ihr dieselbe Art Scherze mal über Allah und seinen Propheten Mohammed reißen würdet. Das würde mich mal interessieren, wie dann die Reaktion der gläubigen Muslime ausfällt. Ja, wie dann die Religion des Friedens reagiert. Probiert es einfach mal. Das wäre wirklich cool. In dem Sinne, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.